Hallo und herzlich willkommen zurück bei... Minecraft! Eine weitere Folge. Ja, und wir haben ja in der letzten Folge diese schöne Schlucht hier gesehen und die wollten wir ja jetzt heldenhaft erkunden, nicht wahr? Ja, und wie kommen wir da runter? Äh, ich würde mal sagen, wir bauen uns hier irgendwie eine Treppe. Oder hört da gleich der Dreck auf? Der hört da gleich auf. Wird ja sehen, ne? Also der Dreck hört gleich auf, dann kommen Steine. Und dann hier bei dem... Bin ich in der Hocke. Was? Ist mein Charakter in der Hocke? Ja. Okay. Aber irgendwann kommt da dann kein... ...Ingst mehr. Also richtig lange kein Stein mehr. Also bis zum Ende. Oh, verdammt, mich hat der Sand erwischt. Wah, ich drehe mich wieder ganz komisch wegen der Maus, super. Ich sehe kein Wasser wegen dem Sand. Äh, doch. Irgendwann kommt da Wasser. Ist da Wasser? Da, wo Keks jetzt steht? Ne, aber hier. Dahinter ist das Wasser. Ja, genau. Oh, oh, da ist ein Loch. Gut, dass ich nicht drauf stand, während ich mich runtergegraben habe. Ja, deshalb macht man das auch nicht, Kinder. Ja, das hat schon der liebe Herr Gronkh erzählt. Ich kann auf, immer über diesen Gronkh zu reden. Soll ich lieber Erik sagen? Der Fahrstuhl runterfahren. Ich versuche hier professionell zu sein, damit man ihn auch findet, wenn man sich interessiert. Ich höre schon... Es gibt so einen Wasserfahrstuhl. Ein Wasserfahrstuhl? Wo? Der hier sind. Äh, Zombie, 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 Zombie. Wo? Hier oben? Ja, der ist gerade zu Steffi geschwommen. Aber reif. Er wollte dich... Nein, ist egal. Begatten oder was? So was in der Art. Das hast du sehr süß formuliert. Ach, Nibel ist ein Wasserfahrstuhl. Wow! Oh. Können wir so runterfallen? Weißt du, ich brauche so einen schönen... so schönen Weg und dabei gibt's hier einen Fahrstuhl. Kaum gelandet, ist hier erstmal Eisen. Oh, Vorsicht, da ist irgendwie Lava oder so. Geh doch mal weg, was machst du hier? Ich stehe in dir, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hör mal auf hier. Ich seh doch nichts, da ist Eisen. Ich bin hier... Du hast mich geschlagen. Ich bin in irgendeiner Zwischendingsbumsens. Dingsbumsens. Ich seh deinen Namen auch nicht. Da unten ist ein Skelett, da ist Gold, da ist Eisen. Wieso bist du gleich tot? Wegen Essen. Ich hab nichts gegessen vielleicht. Ich hab dich nicht geschlagen, du hast mich eben einmal geschlagen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Creeper. Von mir, wo seid ihr? Seid ihr ganz unten? Oder wo seid ihr? Ich bin jetzt schon so richtig verloren. Wo seid ihr denn? Ich finde euch nicht mehr. Oh weh. Wir sind hier noch oben, wir sind noch nicht ganz unten angekommen. Ah, ich seh euch. Ah, okay, ich bin hier in so einer Zwischendingsbums. Ich seh dich nicht. Warte, ich geh nochmal... Du bist irgendwo hinterm Wasserfall, bist du irgendwo. Also, wenn du runterguckst, müsstest du mich eigentlich sehen. Runtergucken? Mein Name oder sowas. Ähm, vom Wasser links oder... Warte, ich stell mich mal... Ich mach mal den. Meine Ahnung. Ach, da unten, da bist du. Siehst du mich, ja. Oder ist das Steffi? Ne, das ist Steffi, die sich nach unten gräbt. Ne, ich bin... Warte. Da unten sind sehr viele Creeper. Weiter, kein da. Ah, da bist du. Ja, ich seh dich. Steffi, du hast dich gut runtergegraben. Nämlich, folge mal einfach mal deinem Weg, ne? Soll ich, nimm mir einfach mal ein paar Sachen mit und leuchte das ein bisschen aus. Schieß doch auf den Creeper. Du wirst mich einfach nur angucken, während ich ihn erschieße. So, ein Creeper-Tot. Ja, netter Creeper. Steffi greppt sich schön runter, danke für die Treppe. Oh mein Gott, hier ist ein Skelett, ich muss weg. Ah, Skelett wieder noch. Soll ich's wegschießen, für dich? Ist das das eine, das ich von hier aus auch sehe? Das ist... Ich wollte gerade sagen, das ist schwarz, aber ich glaube, die sind alle. Das gerade getroffen wurde. Ich bin schon wieder weggelaufen. So, Skelett ist tot, da unten ist noch eins. Also, das war bei so einem anderen Wasserfall, was ich meine. Da läuft gerade eins zur Lava. Oh, ist das riesig hier, was ist denn das? Doch. Eine Schlucht. Ich bin ja jetzt in so einem Hinterdingsbumsens. Machst du schön, Steffi, danke. Okay, hier ist Lava. Hier sollten wir vielleicht ausleuchten und die Lava stoppen. Alter, sieht das geil aus hier. Steffi, du bleibst bei mir, ne? Dass ich keine Angst haben muss. Du bist doch Betreuerin, also ehrenamtlich. Oder? Du weißt, wie ich das meine, oder? Ja, ich weiß, wie du das meinst, aber... Muss ich dazu jetzt was sagen? Nee, ob ich recht habe. Oh, du bist weg. Verdammt. Schlechte Betreuerin. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass ich fast tot war. Hm, ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht nicht gegessen. Oh, hier sind Fackeln. Hier ist bestimmt wer lang gegangen. Nee. Glaub nicht. Bleib doch mal schön, damit ich deinen Namen lesen kann. Nö, weißt du, wie ich heißt? Hier war Gold. Wer ist an Gold vorbeigelaufen? Ich laufe gerade an allem vorbei, weil ich einfach diese Scheiße hier ausleuchten, auswöhlen. Oh, das ist riesig hier. Steffi. Ja. Begleitschutz. Wartet. Begleitschutz. Wartet. Begleitschutz. Ich laufe einfach immer weiter. Da seid ihr. Hey. Steffi, riesiges Kohlevorkommen gefunden. Also hier gibt es auf jeden Fall viel Zeug. Wie cool das hier einfach ist. Weil ich liebe so Minen, ne? Für sowas bin ich ja zu haben. Für den ganzen anderen Scheiß nicht. So bauen und so. Skelett. Weglaufen. Dings ausrüsten. Boah, hoah, 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 Hilfe, 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 Hilfe. Wo? Ah, jetzt hat es Steffi am Wickel. Genau, das meinte ich. Wo ist es denn? Keine Ahnung, ich bin einfach zu nie gehören. Warte, ich guck mich. Ich töte es. Ich höre es. Wo ist es? Ah, da. Oh, oh, oh. So seid ihr ja hättet mich weiter. Ich hab's, ich hab's. Ich wette, wir verirren uns hier unten. Ist auch so. Ich wette, wir sterben hier unten. Nein. Wir hätten vielleicht vorher ein paar Tiere schlachten sollen, ne? Ja, ich hab nur noch drei Fleisch. Bin wir hier unten ja an Bistro. Bistro. Hast schon wieder irgendwas gesehen? Das könnte man ja mal einbauen. Ah, schon wieder ein Skelett. Du bist immer woanders. Ja, du kleiner Penner, hau ab. Geh weg, du Missvieh. Da bist du, komm, ja. Er kommt da. Ich... Auf mal ein bisschen... Warte, geh weg, geh weg, ich hab'n Bogen. So, tot. Nee. One shot, one kill. Warte mal, was ist das da? Hä? Oh. Seit die hin, seit die hin. Kann ich Labisla zu, liebe Dings abbauen? Ja, mit Stein. Oh, Steffi, ich dachte, was läuft denn da? Ha, buh. Ha, buh. Ha, buh. Ha, buh. Uwaaaah. Kollege. Kollege. Kollege? Wir sollten vielleicht auch abbauen, oder wollen wir erstmal alles ausleuchten? Oh, ich hör wieder ein Skelett irgendwo. Ja, das ist der Kollege von ihm. Oh. Hab's getroffen? Okay. Ich hab mich bei irgendwie manchmal doppelt, wenn ich zu laut rede. Ja, bei mir, ich, ich aber auch. Also, ich hab mich dann auch kaputt. Schon wieder ein Skelett, ich lauf weg. Ist mir egal. Vielleicht ist sie ja ein Spawner. Wir finden den jetzt. Tot. Ich baue jetzt mal was ab. Bin jetzt einfach mal so frei. So, liebe Kinder, ich mach das übrigens gerade falsch. Das ist schon wieder eins. Man baut nicht über sich ab. Dann ist da bestimmt irgendwo ein Spawner. Oder das ist ein Rudeltier. Man weiß, Rudeltiere. Komm her. So, ich warte jetzt übrigens kein blassen Schimmer mehr, wo ihr seid. Ihr seid unter mir. Ich seh irgendwie schon das gleich ein Creeper. Bitte. Wo ist Steffi hin? Steffi war eben noch hinter mir. Bist du zurückgegangen? Nö. Nö. Super, wir verlieren uns aus den Augen. Das soll uns gerade nicht passieren. Ich seh eure Namen auch immer so schlecht. Ich seh eure. Ich weiß wohl so. Dann navigier mich mal zu dir. Du musst hoch. Höre. Wieder, ich bin... Okay, da geht's nicht. Ja, warte ich, äh... Warte, jetzt seh ich dich auch nicht mehr. Warte mal. Da hinten ist ein Creeper. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Eben hab ich dich noch gesehen. Oben ist Gewitter und das hören wir bis unter der Erde. Ah, ich seh einen Namen. Einen Namen seh ich. Steffis ist es. Hallo, Steffi. Dann lauf zu ihr. Ich bin hier gut aufgehoben. Ich baue meine Kohle ab. Da unten ist Lava, Steffi. Aber das ist Redstone, das ist Redstone. Hi, na? Ach, da seid ihr. Äh, bist du meine ich. Ich hab gespeilte Persönlichkeit. Das ist okay, wenn du ihr sagst. Also da unten war jetzt Redstone. Vielleicht sollten wir da hingehen, falls wir Redstone wollen. Ich hab mir einfach überlegt, mit so unnötigen Sachen wie zum Beispiel Lapislazuli. Oder wie man das ausspricht. Kann man ja eigentlich daraus, kann man ja eigentlich so Blöcke machen. Die sehen doch bestimmt voll geil aus. Wenn man da dann einfach nur so Accessoires draus macht. Redstone muss man übrigens mit Eisen abbauen, falls, äh... Und ich hab nämlich keine Eise-Ding, 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 Steffi, wollen wir hier noch weitergraben? Oder oben ist er voll das heftige Gewitter. Was auf, wir kommen nachher nach Hause und unser ganz, unsere ganze Bud ist abgebrannt. Das wär lustig. Oder wäre unser Kaninchen weg. Dann muss man halt neu. Ich mach jetzt die ganze Lava zu, okay, Steffi. Ja, ich bin eh schon wieder woanders. Warum bist du denn immer wieder woanders? Nee, nicht. Was soll ich denn da? Lapis holen, nee. Eisen. Wer ist denn da wieder über mir? Eisen, Eisen, Eisen. Huh? Keksi, was machst du? Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich krieg grad die Melodie nicht in den Kopf, Entschuldigung. Nee, ich kenn die auch nicht. Nee, ich kenn die aber. Nein, wir wollen jetzt nicht aufhören. Steffi, bist du... Ah, da bist Keksi. Pass auf, Keksi auf. Ich hab auch nur aus, 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 aus dover Gewohnheit grad mit diesem Song angefangen. Hier sind Pilze. Und... Oha, Creeper. Und da oben, da unten sind irgendwie... Ich glaub, ich hab den Spawner gefunden. Hier sind irgendwie Cobblestone, obwohl, äh, wir da nicht waren. Hey, Creeper, komm mal zu mir. Ach, du bist auch da? Komm mal her. Nee, komm mal her, jetzt komm mal her, Keksi. Ich wollt ihn grad in die Lava locken und dann läuft er plötzlich einfach weg. Ich glaub, zu dir. Ja, der ist hier hochgelaufen, da steht er. Scheiße, er kommt, er kommt. Wollt ihn in die Lava locken. Lava locken. Lava locken. Sieht ja denn aus. Ey, geh weg, okay. Ey, geh weg, Mutti. Ja, ich wollt ihn, ich wollt noch einen Pfeil draufschießen. Guck mal, da unten, siehst du das, Steffi? Da sind... Nee, da ist ne Hexe. ...das Kobblestone, wo? Die ich nie wieder hab. Die haben mir einmal gedacht. Wo ist ne Hexe? Bei den Pilzen? Ja, hinter den Pilzen. Da, siehst du das? Äh, nee. Wo seid ihr denn? Ich hab auch keine Ahnung, wo ihr langgegangen seid. Wir sind genau, äh... Ich seh... Ich seh euch. Komm, wir kämpfen jetzt mit der. Komm, wir kämpfen jetzt mit der, Steffi. Komm. Ich kämpfe nicht mit der, sie kann mich immer. Ach, hier muss ich langgehen, okay. Hallo. Wir haben Angst, dass ich durch mein Ruckeln aus Versehen in die Lava springe. Die ist jetzt irgendwie... Ah. Irgendwo runtergegangen. Da in dem Loch hab ich sie da eben gesehen. Da kann sie bleiben. Hier? Ja, da... Ja, aber da ist nicht langgegangen. Die ist hier hinten rum. Wir machen es da halt auch nochmal zu. Wir sind halt feige Schweine. Ist doch egal. Äh, da muss ich... Uah, Gott, hab ich wieder strafft. Mach doch jetzt. So, jetzt ist sie daran eingesperrt. Da, wo eine Hexe halt hin gehört. Die gehört verbrannt, die Hexe. Ich geh hinter Steffi mit dem Schwert. Wir werden alles vorbeilaufen, nur um die Höhle aus... aus... nicht auszukleiden, auszuleuchten. Guck mal, da hängt eine Fledermaus. Siehst du das? Da rechts. Ich glaub's an die... Hörte sie, nein. Lass mal das Eisen jetzt hier abbauen. Ohne dass ihr abhaut, während ich abbaue. Ich geh zurück und hol diese Kohle, die hier war. Damit ich auch ein bisschen produktiv bin. Okay, die... Das Eisen da hinten. Lass ich jetzt mal... Du bist hier wieder runter, ne? Ja, da bist du. Unverschämt viel Kohle einfach. Denk dran, Steffi, hier wo die... wo der Dreck ist, da ist die Hexe dran. Hätten wir einen Lava-Eimer dabei, könnten wir sie verbrennen. Leider haben wir keinen Lava-Eimer dabei. Und ich hab auch die Eimer zu Hause gelassen. Pass auf, nicht dass du gleich zur Hexe stößt, ne? Wollte ich schon merken. Hier war irgendwo eben Gold in der Decke. War das eben, hast du gerade ein Krieger verbrennt lassen? Äh, wie war das? Genau. Ich hab dich gerade ganz schlecht verstanden. Was hast du gesagt? Besonderes. Ui. Was ist denn da unten jetzt, wo der, äh, Cobblestone war? Weil da waren wir definitiv nicht. Oder? Wird der nicht Cobblestone, wenn da Wasser und Lava aufeinandertreffen? Ach ja, genau, stimmt. Okay. Boah, ich hab mal Ahnung von diesem Spiel. Jetzt hab ich ja heute Hobbit geguckt, ne? Und jetzt muss ich voll an die Zwerge denken, wie die ihr ganzes, äh, Zeug abbauen und horten. Ich fangirle diesen Scheiß im Moment so sehr. Das ist so grausam. Diesen ganzen Herr-der-Ringe-Kram und sowas. Ich bin im Moment so Feuer und Flamme für. Ja, wenn du in die Lava fällst, bist du gleich auch Feuer und Flamme. Lustig. Ja, lustig. Ich mach hier mal die Lava jetzt dicht. Okay? Ich muss mir mal so ein Soundboard holen. Jedes Mal, wenn jemand einen Flachwitz macht, mach ich so ein... Ja, genau. Oder ein Bedümmts. Bedümmts. So. Ja, ich hab da gerade übrigens über, über ein Stack Kohle gesammelt. Boah. Hast du den Timer angemacht? Ja. Cool. Oder? Ja. Pfuh. Ah, ich br... Was? Nee, nee. Sprich dich aber hier aus. Nee, nicht. Nee. Da ist Steffi. Weißt du, was ich lustig finde? Wir haben richtig so einen krassen Krater eigentlich da und wir kümmeln hier rum. Wo haben wir einen Krater? Naja, diese, diese Schlucht da, das ist ja noch nicht das hier. Achso, achso, ja. Stattdessen hängen wir in der Höhle. Genau. Anstatt in diesem händlichen Krater. Okay, wir müssen Fackeln setzen, jetzt wird's dunkel. Du brauchst Eisen für, äh, Bedstone, ne? Machst du das dicht? Ich hab das wasserdicht gemacht, ja. Und ich hab auch die Lava dicht gemacht. Das hier auch mal. Hast du Eisen, Steffi? Achso. Nee, ich mein eine Eisenspitzhacke. Ja, klar. Aber du hast doch... Oh, ja, renn mir. Aber du hast doch grad den Bedstone abgebaut. Also hast du doch eine. Ja, das war ironisch gemeint, mal wieder. Achso. Den warten wir ja schon. Ja, ich und Ironie, ich weiß. Hä, geht das hier in der Höhle? Nee, doch nicht. War nur ein Anzeigeback. Wir haben bisher noch keine Diamanten gefunden. Sind wir nicht tief genug? Oh, hier sind nochmal Redstone. Die kann ich eigentlich ja nicht abbauen. Ja, dann mach frei, dann kann ich es abbauen. Ja, ich mach grad... Ich will das gerade hier, damit das nicht in die Lava fällt. Wir sind ja eine Gemeinschaft. Da. Musst ich mir dann Herr der Ringe denken. Guck mal, wie schlimm ist das. Nur mal der Quatsch, hab ich gesagt. Ich hab mir übrigens nur eine Steinspitzsacke gemacht. Das war dämlich. 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 Ich glaub, ich hab noch welch... Ah, ich hab grad einen Zombie gehört. Hilfe, Mami. Mami ist nicht da, nur Tante Steffi. Woha, Woha. Ich bin vor einer Fackel erschrocken, ja. Ich fühle mich plötzlich viel sicherer an deiner Nähe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt wieder hochkomme, Achio. Wo seid ihr denn, Achio? Ah, hier ist noch Kohle. Schau mal, was ich gefunden habe. Kohle. Wo bist du? Diamant. Wie viel? Fünf. Fünf. Dann können wir uns nur Diamant-Spitzsacke machen und da das Dingens abmachen. Abmachen? Ja, du weißt, was ich meine. Nee, 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 weiß ich nicht, erklär mir das. Abmachen. Willst du weiter abbauen und ich mach währenddessen an der Werkbank die Spitzsacke? Willst du das einfach ignorieren? Ja, nein. Ich brauch nur drei. Du brauchst mir nicht alle gehen. Hab ich auch gar nicht. Ach so, ich glaub, es wären vier gewesen. Okay. Ich bleib mir mal hier in den Gang, ne? Ja, wein und... Also gehst du jetzt wieder zurück? Nein, ich geh da gleich hin. Wir teilen hier. Ihr bleibt stehen. Hier. Alles Gute zum Hochzeitstag. Ja, dankeschön. Jetzt werde ich sowieso sterben. Das ist die Verantwortung gut aufgeteilt. Ja, jetzt hab ich voll Druck irgendwie. Ich hab ja auch noch einen. Vielleicht bin mal noch welche. Äh, so. Ich werd dann auch das Dingens hier abbauen, ne? Weil ihr wisst ja, das dauert ewig. Ja, mach mal. Viel Spaß. Wir nehmen dann den Rest der Höhle aus und dann gehen wir nach Hause. Boah, Achievement. Äh, bleibt doch bitte hier. Nicht, dass irgendwas... Wo seid ihr? Jetzt seid ihr wieder weg. Ich seh euch wieder nicht. Ich hab grad einen Zombie entdeckt. Hallo, Zombie. So, mein Let's Play wird jetzt das Spannendste, denn wir werden, äh... Wer heißt das denn jetzt nochmal? Wer ist... Obsidian? Oh, da drunter ist nochmal ne Lavaschicht. Aber den Block hab ich bekommen. Dann nicht nach unten graben. Genau. Obsidian, danke. Obsidian. Äh, wisst ihr denn noch, wo ich jetzt hier hänge? Ich hab dich schon... Ja. Bin grad an dir vorbeigelaufen. Kann mich nicht verlaufen. Ich hör mich manchmal einfach doppelt. Das nervt so krass. Aber das ist dann im Dings nicht so... Dings. Ich mach keine... Mit der Aufnahme, meinst du? Dings und Dings. Ja, Dings und Dings. Also, indem ich Dings sagen kann, kann ich alles erklären. Wie viel Obsidian brauchen wir im Portal? Oben zwei, unten zwei, rechts und links drei, ne? Ja. Glaube ja. Und wer jetzt mathematisch sehr begabt ist, ich nicht. Zehn. Zehn, genau. Wollte ich aber auch sagen. Ja. Um uns das Protokoll festzuhalten. Ja, das wollten wir alle sagen, Nick. Ich find, das ist ein richtig schlimmer Mobbingverein. Nein. Spaß. Hey, willst du auf die Fresse oder was? So, wir sind wieder bei 20 Minuten. Ja, aber... Ja, na gut. Sehen Sie in der nächsten Folge, wie ich weiterhin fünf... Äh, in spannenden... Nochmal von vorne. Wie ich nächste Folge spannend fünf Obsidianblöcke abbaue. Und ich nicht mehr weiß, wo ihr seid. Und ich hier versuche zu schwimmen. Wo seid ihr denn hingegangen? Ich bin hier. Ich kann mich nicht verlaufen. Ich bin irgendwo anders. Ach, da bist du. Okay, okay. Ich hab mich einfach nur in die Erde gegraben. Geradeaus. Ich bin irgendwo anders. Okay, dann... Ich werd euch schon wiederfinden. Hier ist die Hexendingsbums. Ja, dann, da sind wir in der Nähe. Äh, ich mach hier noch fertig, sonst ist das, äh, zu langweilig. Ich mach die noch fertig und dann können wir in der nächsten Folge weitergehen. Ja, ich suche euch gerade. Ach, da, da, ich weiß es. Ich weiß es schon. Ach, das ist zum ersten Mal, dass ich Orientierung habe in meinem Leben. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, wie ich das... Aua. Oh, gut. Dann erst... Erstmal zur Freude fallen. Erstmal was essen. So, jetzt hab ich noch ein Fleisch. Ich hab ein Fleisch und fünf Chicken. Gar nichts. Wir sind ja bestens ausgerüstet. Selbstverständlich. Oh, hier ist ja ein Dingsbums. Aber auf jeden Fall ein großes Lob an Steffi, die sich da hinten reingegraben hatte, denn sonst hätten wir jetzt keine... Ach, ich hab schon zehn. Sonst hätten wir nämlich jetzt keine, äh, Diamantspitzhacke und keinen Obsidian. Also ich hab jetzt zehn, mehr brauchen wir auch nicht. Oder wollen wir im Netan nochmal ein Portal machen, um dann irgendwo völlig anders zu landen? Nein. Irgendwann mal. Genau. Na, dann komm mal wieder hierher. Okay, dann würd ich sagen... Achso, wolltest du noch was sagen? Nö, ich wollte auch gerade Schluss machen. Achso. Mit der Aufnahme, nicht mit euch. Achso, ich wollt grad schon, nein. Steffi hüpft fröhlich rum. Endlich macht der Schluss, endlich macht der Schluss. Dann will ich aber meine Spitzsacke hier, meine jemanden hier haben, ne? Ja, auf jeden Fall... Ne, mach du, mach du Keksi. Ja, dann ist jetzt keine mehr. Kann ich nie mehr. Ja, dann war's das für diese Folge. Wir bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ende.